Ich bin Lukas Mann, ich bin 28 Jahre alt und wohne zusammen mit meiner Familie, also meine Frau und unseren zwei Kindern, hier in Dresden-Prolis, in einem Stadtteil, der man könnte sagen als Brennpunktgebiet gezählt wird. Aber wir wohnen bewusst hier und je länger wir hier leben, desto mehr entdecken wir, wie viel Potenzial dieser Stadtteil eigentlich bereithält. Wir arbeiten hier in einem Verein, der heißt Stoffwechsel e.V. Das ist ein Träger der offenen Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, wir engagieren uns hier in diesem Gebiet für Kinder, Jugendliche, aber auch Familien. Und wir haben es auf dem Herzen, Beziehungen zu leben und irgendwie wieder so echte und natürliche Beziehungen zu Menschen zu bauen. Meine Frau hat es schon lange auf dem Herzen, in die Platte zu ziehen und mit den Menschen im Brennpunkt gemeinsam da irgendwie zu leben und zu wohnen. Also nicht nur irgendwie in den Stadtteil reinzukommen, um ein bisschen Hilfe zu leisten und wieder rauszugehen, sondern dort zu wohnen, um wirklich zu verstehen, was prägt die Menschen, was macht sie aus. Viele haben eine sehr schwierige und harte Vergangenheit, haben ganz starke Ablehnungserfahrungen machen müssen, Missbrauch als Kind. Ganz wenige haben stabile Beziehungen auch innerhalb ihrer Familie erlebt, durch ständig wechselnde Partnerschaften. Und deshalb merken wir, es ist eigentlich eine ganz große Beziehungsnot da. Und Menschen wissen gar nicht, wie eine gesunde, stabile Beziehung aussehen kann. So dass es bei einem ersten Krach bei Jugendlichen schon in den Freundschaften ganz schnell wieder auseinander geht und man die Freunde auf sämtlichen Kanälen gleich wieder blockiert. Und auch bei den Eltern gibt es natürlich viel Streit und oft endet es dann einfach wieder in einem Beziehungsabbruch. Und deshalb sind wir hier, machen natürlich als Verein und Träger der Kinder- und Jugendhilfe viele Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Aber wir merken, dass wir es auch sehr genießen, einfach hier wirklich zu leben vor Ort als Familie und Leben mit den Menschen zu teilen. Weil ich merke, man bekommt irgendwie einen Zugang zu den Menschen, wenn man nicht nur da ist, über die Probleme zu sprechen, sondern wenn man einfach auch an einem Samstag Nachmittag mit den eigenen Kindern auf dem Spielplatz ist. Und da sind auch die Familien mit den Kindern, die sonst in unserem Programm sind. Und auf einmal spielen unsere Kinder mit deren Kindern und man redet über Herausforderungen, die auch wir haben in der Kindererziehung. und ist irgendwie dadurch viel mehr auf Augenhöhe. Und wir merken, es ist ein totaler Schlüssel, wenn ich mich traue, über meine Fehler oder über meine Herausforderungen zu sprechen, weil das irgendwie Beziehung schafft. Und Leute lernen dadurch irgendwie Vertrauen zu fassen, fangen selber an sich zu öffnen und irgendwie wachsen darüber heraus tiefere, ehrliche Beziehungen. Das ist was, was wir uns wünschen, was wir prägen wollen, dass Menschen das wieder erfahren. Meine Good News für Sachsen seid ihr. Also nicht nur die Menschen hinter der Kamera, die mich gerade filmen, sondern ich glaube, jeder Einzelne, der hier wohnt. Weil ich glaube, wir als Menschen miteinander haben das größte Potenzial, Good News für uns gegenseitig zu sein. Und ich erlebe das hier in Prolis, dass wir das natürlich nicht alleine machen. Wir haben hier zum Beispiel eine Stadtteilrunde, wo ganz viele verschiedene Träger von sozialer Arbeit mit drin sind, wo Kitas mit drin sitzen, wo das Jugendamt mit drin ist und man sich total miteinander vernetzt, für dieses gute Anliegen wieder Stabilität in Beziehungen, in Familien hineinzubringen. Und ich glaube, dass das was ist, was aber am Ende eine Herzenssache ist, was selbst Politik irgendwie nur bedingt Rahmenbedingungen verschaffen kann, was super ist. Aber am Ende braucht es irgendwie jeden von uns mit einem offenen Augen und einem offenen Herzen für die Nachbarn in der Familie, für die Kollegen da zu sein. Und so diese, ich habe diesen Wunsch, diese anonyme Barriere, die man doch oft irgendwie aus Vorsicht, wer weiß, wie der andere mich jetzt findet, oder wer weiß auch manchmal, wie ich ihn finde, wie ich ihn vielleicht verurteile, einfach vom ersten Eindruck her. Aber wenn wir das durchbrechen, merke ich oft selber, wie überrascht ich bin, wenn ich ehrlich über mich rede und auch so diese Vorurteile mal ablege. Ich erlebe das in Prolis hier, gibt es Orte, wo sich viele Alkoholiker und Drogenabhängige tagsüber treffen. Und manchmal überwinden wir uns oder trauen uns hinzugehen und mit diesen Menschen einfach ins Gespräch zu kommen. Und so oft merke ich hinterher, wie dankbar ich für meine eigene Biografie bin und merke eher einen Schmerz und ein Mitempfinden von den Menschen, weil ich merke krass, wenn ich so viel Abneigung, so viel krasse Schicksalsschläge, Missbrauch in der Familie und all das erlebt hätte, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein anderes Leben führen könnte, als die Menschen, die gerade vor mir sitzen. Und irgendwie baut selbst das wieder so eine Herzensebene für mich auf, auch zu Menschen, die vielleicht eher am Rand stehen, die nicht sonst aus dem Weg gehen. Und ich glaube, dass es da jeden von uns braucht oder dass wir das Leben total positiv prägen können, wenn ich eben nicht nur bei den anderen Familien, die mit im Haus wohnen, irgendwie Hallo und wieder Tschüss sage und es beim Smalltalk bleibt, sondern ich mir vielleicht wirklich Zeit nehme, jemanden, der neu ins Haus eingezogen ist, mal zum Kaffeetrinken einzuladen und irgendwie Herzensbeziehungen wieder aufbauen. Ich will davon berichten, dass ich glaube, diese natürlichen und echten Beziehungen machen einen viel größeren Unterschied, als man manchmal denkt und glaubt. Wir haben eine Mama, die schon seit vielen Jahren bei uns im Programm ist und die hat eben so eine sehr schwierige Biografie. Ihre Mama hat sie von Geburt an abgelehnt und sie hat ihr nicht mal einen Namen gegeben, sondern weil sie sich einfach nicht dafür interessiert hat. Ihre Krankenschwester, die sie zur Welt gebracht hat, hat ihr dann ihren Namen ausgesucht und ein Leben lang war und ist sie bis heute doch konfrontiert, dass sie sich von ihrer Mama nicht geliebt, sondern eher ausgenutzt fühlt und viel Missbrauch und dadurch viel Zerstörerisches ist und ich glaube, echt so krasse Lügen in ihr Leben eingepflanzt wurden, dass sie nichts wert ist, dass sie ungeliebt ist und dass man so mit ihr umgehen darf. Und ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass wir uns wieder gegenseitig zeigen, dass jeder Mensch wertvoll ist. Mir selbst fällt es manchmal tatsächlich schwer, auch hier im Stadtteil zu leben, weil wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich oft sehr viel Hoffnungslosigkeit. Einsamkeit ist ein großes Thema hier. Es wohnen viele ältere Menschen hier, wo man merkt, okay, sie sind wirklich ziemlich einsam, haben oft auch nicht mehr viele Verwandte, aber auch schon Kinder und Jugendliche, die irgendwie eine große Perspektivlosigkeit haben, weil sie merken, sie schaffen den Hauptschulabschluss nicht. In ihrer Familie haben sie jetzt auch oft wenig Leute, die ihnen so Hoffnung ausstrahlen oder einen Sinn fürs Leben geben. Und mir gibt es ganz viel Hoffnung, dass wir das als ein Team hier machen dürfen. Also wir im Stoffwechsel mit drei Hauptamtlichen und BFD-Lern, dass wir als Familie hier zusammen leben dürfen, aber auch in diesem großen Netz mit anderen Sozialarbeitern und wir dadurch auch sehen, wie Menschen wirklich wieder anfangen, Vertrauen zueinander aufzubauen und dass auch nicht nur, dass wir das irgendwie reinbringen und bei uns funktioniert, sondern gerade zum Beispiel in dem Elterncafé, was wir machen, erleben wir, dass die Eltern miteinander, wo viele bis alle eine krasse Biografie haben, die gegenseitig anfangen, offen und ehrlich füreinander da zu sein, zu erzählen, was ihnen irgendwie Sorge bereitet, Tipps und Hinweise anzunehmen und so die Masken fallen zu lassen und einfach ehrlich miteinander zu sein. Ich wünsche den Menschen in Sachsen, dass sie Leute um sich herum haben, wo sie sagen, hier fühle ich mich zu Hause, hier fühle ich mich heimisch, weil das sind Menschen, die mit mir durchs Leben gehen und ich darf auch Teil dazu beitragen und irgendwie so zu Hause anderen Menschen mitbieten, dass es ja nicht einseitig ist, sondern in Beziehungen irgendwie immer von allen Beteiligten irgendwie dieses Zuhause gebildet und gelebt wird. Vielen Dank.